Heute wollen wir die Ghetto Villa besuchen, aber zuvor mal ein ausgiebiges Frühstück. Na dann wollen wir uns mal auf den Weg machen, ab hinunter in die Parkgarage. Wir sind jetzt auf den Weg. Wir sind jetzt auf den Weg. Wir sind jetzt auf den Weg. Das war's. Das ist unser, der mit der verbunkene Hinten und Papel, aber der freundet hier. Noch neun Minuten bis zur Getty Villa, wenn es wahr ist. Laut Google Maps dauert die Fahrt von uns zu Hause zur Getty Villa 22 Minuten. In Wahrheit wird es eine knappe Stunde. Am Pacific Coast Highway geht es allerdings schon etwas lockerer dahin. Der Radsport ist auch hier sehr populär. Wunderbar, dass das erlaubt ist. Ja, klar. Anders so ist bei uns hier der Radfahrer alles erlaubt. Ja, das habe ich jetzt auch noch gar nicht gesehen, oder? Wir sind sehr zeitig losgefahren, sodass wir die ersten Besucher in der Getty Villa sein werden. Beim Portier erkundigen wir uns über eine Kombikarte für Getty Villa und Getty Center. Ja, wir können das machen. Ich bekomme dir eine Rechnung. Dann ziehe ich die Rechnung zur Information, die wir in dem Museum nehmen. Und sie geben dir ein Ploupon für das Getty Center. Okay, sehr schön. Also mit der Rechnung zur Information. Ja, habe ich verstanden. Manche verstehen mich super gut. Ja, aber jetzt kann man sich schon vorstellen, dass der Stahl ist. Sehr gut, da haben wir schon so gezeigt. Wir sind die ersten, die da eigentlich umfahren sollen. Ja, cool. Steht jetzt zu. Jetzt. Wir sind nämlich die ersten eine halbe Stunde zu früh. Wir sind eine halbe Stunde vor der Öffnungszeit eingetroffen. noch keine Menschenseele zu sehen. Die Getty Villa liegt in Pacific Palisades. Sie ist eine der beiden Standorte des Paul Getty Museums. Das Gebäude ist einer römischen Villa nachempfunden und beherbergt heute die antiken Sammlung des Museums. 1945 erwarb der Ölmagnat Paul Getty ein 26 Hektar großes Grundstück direkt hier an der Pazifikküste. Neben einem Wohnhaus errichtete er 1954 im Anschluss daran eine Galerie für seine rasch wachsende Kunstsammlung. Als diese Präsentationsmöglichkeit wegen der weiter wachsenden Sammlung zu eng wurde, plante er ein eigenes Ausstellungsgebäude. Er ließ dazu auf der Rückseite des Grundstücks einen Nachbau der Villa Dei Papiri in Herkulaneum errichten. Da diese aber nicht komplett ausgegraben ist, handelt es sich um eine freie Nachschöpfung. So finden sich hier auch architektonische Anleihen anderer antiker Gebäude aus Pompeji und Stabiae zum Beispiel. Im Jahre 1974 wurde das Museum der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Paul Getty selbst starb 1976 und startete das Museum mit einer reichhaltigen Erbschaft aus. Da es Widerstände der Anrainer gegen eine Erweiterung des Museums an diesen Standort gab, wurde in den 1990er Jahren nach den Plänen von Richard Meyer ein zweites Museumsgebäude, weiter östlich und landeinwärts an der Interstate 405 errichtet, nämlich das Getty Center. Anschließend wurde die Getty Villa ab 1997 einer großzügigen Renovierung unterzogen und am 28. Jänner 2006 wieder neu eröffnet. Der Eintritt in die Getty Villa ist übrigens gratis. Man muss allerdings vorab im Internet Eintrittskarten bestellen, mit genauer Angabe des Datums und der Uhrzeit des Besuches. Dadurch wird der Besucherstrom in der Anlage reguliert. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Der Innenhof ist mit Statuen und Pflanzen herrlich dekoriert. Die Säulen sind den Blättern des Acanthusbaumes nachempfunden. Musik Akanthusbäume finden sich in den Ecken der Innenhalle. Musik Das Wasserbecken wird von den Statuen von fünf jungen Frauen umrahmt. Musik Die Treppenkonstruktion. Ein Durchgang führt in den Ostgarten. Musik Blickfang ist hier ein Brunnen, aus Muscheln und Theatermassen gebildet. Musik Er ist die Nachbildung des Brunnen eines großen Hauses in Pompeji. Die modernen Treppen führen hinauf in den ersten Stock. Musik Hier können wir nun die Sammlung antiker Gegenstände in der Getty Villa bewundern. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir begeben uns wieder in das Erdgeschoss, in den Tempel des Herkules. Der Boden ist eine Nachbildung einer Villa aus Dei Papiri. Die Statue zeigt Herkules mit einem Holzstock und einem Löwenfell. Ausgegraben im Jahre 1790 aus der Villa des römischen Herrschers Hadrian. Wir betreten nun das Atrium, der wichtigste öffentliche Raum in einem römischen Haus. Es geht nahtlos über in das Fleischmanns-Hitra. Jedes Jahr im Herbst wird hier eine klassische Tragödie gespielt. Das Design des Theaters basiert auf die klassisch-griechischen Amphitheater. Für einen Kaffee oder Imbiss zwischendurch gibt es hier auch ein kleines Kaffee. Wir sind jetzt wieder zurück im Kräutergarten der Getty-Villa. Die meisten römischen Winn hatten ja einen formalen Grüngarten und eben einen Kräutergarten. Hier wurden Obstbäume aus dem Mittelmeerraum angepflanzt, blühende Sträucher und Kräuter, die von den Römern zum Kochen und als Medizin verwendet wurden. Wir verlassen jetzt die Getty-Villa und machen uns weiter auf dem Weg zum Strand von Malibu. Vielen Dank! Vielen Dank.